So, ganz recht herzlich willkommen. Heute neue Folge Podcast. Es geht um Marketing, es geht um Sales, es geht um Umsatz und dafür haben wir uns hier jemanden ganz besonderen eingeladen. Alessandro Principe ist heute hier weit angereist. Wo kommst du her ursprünglich? Düsseldorf. Düsseldorf. Ich wohne in Mettmann, arbeite in Düsseldorf. Es ist halt direkt eine Nebenstadt. Also auch vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Du machst, bildest im Grunde genommen Vertriebsleute aus. Du bringst Leuten Verkaufen bei. Also erstmal hast du nichts direkt zu tun mit E-Commerce. Aber, und das ist eben das Interessante, weil ich selbst habe tatsächlich super viel fürs Marketing, für die Art, wie wir Produkte verkaufen, auch gelernt damals. Auch bei so Leuten wie Dirk Kreuter, Marc Galale und so, als ich ganz an den Anfang stand und konnte davon halt viel übersetzen in E-Commerce, in die Art und Weise, wie man halt verkauft. Und das ist halt deswegen, glaube ich, ein super interessantes Thema. Vielleicht erstmal so ganz vorneweg, du hast das vorhin schon mal kurz gesagt, was ist für dich Sales? Also was ist Verkaufen? Also es gibt für ein Wort alles. Alles ist Verkaufen. Also ständig, während ich jetzt hier ins Mikrofon spreche, verkaufe ich mich. Während du zu deinen Zuschauern sprichst, verkaufst du dich, während jemand ein Produkt auf Amazon listet oder auf seinem Online-Shop. Dann kommt es darauf an, wie gut verkauft er das Produkt, dass es gekauft werden soll. Wie genau kann er seine Zielgruppe ansprechen, dass sie sich abgeholt fühlt und dementsprechend kauft. Also es wird immer und überall verkauft. Meiner Tochter musste ich heute Morgen verkaufen, warum sie lieber Gemüse essen soll, anstatt Gummibärchen zum Frühstück. Also es ist immer alles und überall wird verkauft. Es wird halt nur falsch assoziiert, das Wort Verkaufen. Ja, absolut. Das ist eher eine negative Assoziation in den meisten Teilen. Leute lassen oder viele Leute, Unternehmer vielleicht nicht mehr so, aber die meisten, sage ich mal, Leute lassen sich ungern was verkaufen. Ja, genau. Deswegen sage ich auch, Menschen hassen es, etwas verkauft zu bekommen, aber jeder Mensch liebt es, etwas zu kaufen. Das ist meiner Meinung nach auch die Kunst, wenn man das Verkaufen erlernt. Nicht den Fokus aufs Verkaufen an sich zu legen, sondern den Fokus darauf zu legen, dem Menschen aufrichtig helfen zu wollen. Und dann kauft eine Person von sich aus. Das ist das Coole. Ich sage mal, gerade im Bereich E-Commerce denkt man ja erstmal, okay, mit Sales habe ich nichts zu tun, weil die klassische Sales, auch das, was ihr macht, ist ja im Grunde genommen One-on-One. Das heißt eine Art Beratung, die dann mit dem Kunden stattfindet und dann kauft der Kunde das Produkt sozusagen nach einer Beratung. Das ist ja im E-Commerce, gibt es diesen Berater? Nicht. Sondern alles wird eigentlich einmal aufgesetzt. Ich sage mal, die Produktseite, die man baut, ist letztendlich eine Art Sales-Maschine. Also sozusagen dein Vertriebsmitarbeiter ist deine Verkaufsseite. Und die muss dem Kunden halt das Produkt klar rüberbringen, ihm zeigen, warum ist das richtige Produkt, warum ist es genau das Produkt, was er braucht, etc. Was würdest du so sagen, das finde ich immer besonders interessant, gerade für Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so viel mit dem Thema zu tun haben, wie verkauft man überhaupt? Also wie verkauft man überhaupt ein Produkt? Ja, wie verkauft man ein Produkt? Das ist natürlich eine sehr breit gefächerte Frage. Also ich beantworte es in der Regel immer ähnlich. Also Verkaufen ist in der Regel folgendes. Man muss oder man sollte ein Problem analysieren, man sollte ein Problem eventuell kennen, also im E-Commerce, einer bestimmten Zielgruppe. Und man sollte einen Wunschzustand entweder analysieren oder kennen. Und die Lösung, die Brücke von Problem zu Wunsch, das ist Verkaufen. Also im Prinzip dann genau das Angebot zu dienen, zu liefern, was der Interessent halt eben haben möchte oder braucht, um sein Problem zu lösen, um damit seine Wünsche zu bekommen, die er sich damit eben erfüllen möchte. Ja, es kann auch mit Produkten ganz einfach der Fall sein. Letztendlich ist es ja auch, ich sage mal, jedes Produkt ist im Grunde genommen ein Produkt, egal ob das jetzt eine Dienstleistung ist, ob das jetzt ein Training ist, ein Coaching, wie das zum Beispiel bei uns ist, ob das jetzt ein Produkt ist. Ob man jetzt ein Gewächshaus an einen Gärtner verkauft oder eine Handelsstange an einen Fitnessgänger, ist im Grunde genommen die gleiche Art des Verkaufens. Das heißt, die Prinzipien sind immer gleich im Verkauf. Ja, die Prinzipien sind immer gleich, ja. Das ist auch das, was einfach viel zu wenige wirklich anwenden oder mal bewusst auch sich vielleicht auch mal erlernen. Wie analysiert man eigentlich einen Menschen, ja? Also, weil ein Mensch, der kauft ja etwas nur gerne, wenn er für sich selber vielleicht noch gar nicht weiß, dass er einen Bedarf hat, den man aber durch eine richtige Beratung eben wecken kann, indem man die richtigen Fragen stellt. Und ich denke, das kann man auch im E-Commerce, in Onlineshops und so weiter und so fort, vielleicht dort halt vorher sich beschäftigen, was sind eigentlich die Probleme meiner Zielgruppe, welche Herausforderungen haben die, warum haben die die Herausforderungen, warum wollen die Produkte XY haben, was haben sie, was verlieren sie, wenn sie das Produkt nicht haben, dass man sich wirklich damit beschäftigt, was sind so 20 Nachteile, wenn jemand ein Produkt nicht kauft, was sind 30 Vorteile, wenn jemand ein Produkt kauft. Wenn man sich damit alleine auch schon auseinandersetzt, dann hat man viel coolere und viel bedarfsgerechtere und produktorientiertere Argumentationen, warum jemand etwas kaufen sollte. Ja. Einer der wichtigsten Punkte allgemein, dass es auch gerade im E-Com ist so eine Sache, die viel zu selten passiert, weil man den Kunden halt persönlich nicht trifft, was auf der einen Seite sehr, sehr schön ist, weil man muss sich nicht mit irgendwelchen Leuten rumärgern, aber auf der anderen Seite auch für die Leute oder für viele, glaube ich, ein großes Problem ist, weil sie sich eben nicht genug mit der Zielgruppe beschäftigen und klar, wenn ich jetzt eine, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Handelsstange verkaufe, dann fällt es mir nicht schwer zu sagen, hey, das ist eine Handelsstange aus guter Qualität, aber das ist ja kein Verkaufen, sondern letztendlich verkaufst du ja, keine Ahnung, zum Beispiel das Spiegelbild, wo der dann reinguckt und stolz auf sich ist, dass er trainiert hat oder irgendwie so in die Richtung, aber dafür, um das zu sehen überhaupt oder auf diese Ideen zu kommen, sowas auch mal mit reinzubringen, muss man sich halt wirklich mit dem Kunden auch beschäftigen. Was ist denn so, was sind es denn so die Sachen, die du dir bei einem Kunden anschaust oder was sind so wichtige Kernpunkte, um eben verkaufen zu können? Also an allererster Stelle erstmal zu schauen, okay, warum interessiert er sich überhaupt grundsätzlich für das Gespräch oder für das Produkt? Warum ist gerade jetzt für ihn seiner Meinung nach ein Zeitpunkt, dass er sich für das Produkt interessiert? Was hat er gerade für Herausforderungen? Also wie kommt er überhaupt dazu oder gibt es eine Herausforderung, die ihn dazu bringt, dass er sich mit dem Produkt beschäftigt? Warum ist es jetzt gerade seiner Meinung nach ein Punkt, das Ganze zu lösen? Warum hat er das vorher nicht gelöst? Dann ganz wichtig, was erwartet sich jemand eigentlich, wenn er ein Produkt bekommen würde? Was ist ihm wichtig? Und hat er schon bereits Erfahrungswerte, die wichtig sind für das Gespräch? Wenn er sich ein Produkt zusammenbasteln könnte, wie wäre das? Und was wäre er grundsätzlich auch dazu bereit für ein Produkt, was genau für ihn geschmiedet ist, zu investieren? Also wenn es halt einen Wunschzustand gäbe, der sagt jetzt, okay, hey, genau die Lösung bekomme ich zum jetzigen Zeitpunkt, was wäre ich grundsätzlich bereit, dazu auch bereit zu investieren in so eine Lösung? Ja, und das Wichtigste ist, gerade im Erstgespräch, ja, viele Informationen sammeln, sehr viele Informationen sammeln. Wenn ich mit jemandem spreche, dann frage ich ihn halt auch ganz konkret, okay, wo siehst du dich eigentlich selber in den nächsten zwei bis drei Jahren? Wenn man es jetzt auf Dienstleistungen oder Coaching-Produkte mal einfach projiziert, ja. Und das Coole, das Spannende ist, die meisten Menschen haben sich nie solche Fragen gestellt. Auch mal ein Beispiel zu, wenn jemand halt eine Fitnessstange, du hast ja eben gesagt, eine Fitnessstange, da kann man auch einfach als Berater fragen, hey, was ist dir an so einer Stange wichtig, ja, also was ist dir, worauf legst du Wert, ja, sollte die, wie viel Gewicht sollte die halten? Warum beschäftigst du dich überhaupt mit Fitnessstangen, ja, was hast du genau vor, ja, also wie lange beschäftigst du dich damit? Weil je mehr Informationen man sammelt, desto cooler kann man beraten, desto bedarfsgerechter kann man vorgehen und dann haben auch Menschen das Gefühl, okay, der interessiert sich wirklich für mich, der holt mich wirklich ab und der präsentiert mir etwas, was mich wirklich von meinem Problemzustand zu meinem Wunschzustand bringt, basierend auf der Information, die ich gebe. Wir geben immer ein gewisses Framing vor, also einen gewissen Rahmen in einem Gespräch, dass es halt darum geht, ihm wirklich helfen zu können und ihm helfen zu wollen und um das zu können, ist es wichtig, dass wir ein paar Fragen stellen, um herauszufinden, ob wir überhaupt helfen können. Kann man übrigens auch mal machen, weil das, im E-Commerce macht das, ich sag mal so, man kann mal Umfragen starten, man kann zum Beispiel über Facebook direkt an eine Zielgruppe, in irgendwelchen Gruppen, zum Beispiel wenn es jetzt so ein Fitnessstudio gibt, es gibt bestimmt tausend irgendwelche Fitness, keine Ahnung, Gruppen oder Communitys oder was auch immer, wo man einfach mal fragt, hey, was ist euch bei einer Handelsstange zum Beispiel wichtig oder was ist euch bei einem, Handelsstange ist jetzt vielleicht ein sehr, sehr simples Produkt, aber bei einem Trainingsgerät oder was ist euch wichtig im Homegym? So und diese Nachrichten sind eigentlich Gold wert, die daraus kommen. Genauso oder man kann zum Beispiel bei Amazon oder so, kannst du ja einfach mal die Reviews durchlesen, was sagen Kunden von anderen Produkten, was halten die davon, was ihnen gefällt ihnen, was gefällt ihnen nicht und das sozusagen zusammenzupacken, weil ich habe oft das Gefühl, dass Leute im Onlinehandel so ein Produkt, sie sind selbst viel zu wenig überzeugt von ihrem Produkt und viel zu wenig emotional zu ihrem Produkt, sage ich mal, weil das ist sozusagen so ganz stumpf, ich verkaufe halt eine Handelsstange, aber für den Kunden, auch wenn der jetzt gerade sagt, ich kaufe eine Handelsstange, steckt ja eine richtige Motivation, eine Bewegung hinterher, hey, warum, das könnte ja ein lebensveränderndes Produkt sein, ich sage mal, behandelt jedes Produkt so, als würde es das Leben verändern. Absolut, ja. Auch wenn das eine, was weiß ich, eine Kaffeemaschine oder sowas, verändert ja auch irgendwo dein Leben. Ja, definitiv, ja. Und das ist auch was, was die meisten halt nicht berücksichtigen, aber was halt psychologisch einfach viele gar nicht beachten. Kein Mensch, wie du es eben kurz angehauen hast, kein Mensch kauft ein Produkt an sich, jeder Mensch kauft eine Emotion dahinter. Ja, also jeder Mensch kauft etwas, was für sich selber, was für ihn selber halt konsumierbar ist, jeder Mensch kauft emotional und jeder Mensch erklärt sich dann den Kauf auf seine eigene Art und Weise rational. Beispielsweise eine Louis Vuitton-Tasche, ja, also es ist ein emotionales Thema, ich verbinde damit Prestige, Status, es ist für mich vielleicht auch eine gewisse Belohnung und rational erkläre ich mir dann den Wert damit. Klar, es ist eine Belohnung, aber okay, es ist auch handgemacht, es ist ja auch sogar in Paris gemacht und so weiter und so fort. Dazu gibt es auch echt mega viele Beispiele, beispielsweise auch eine Flasche Wasser, ja. Kein Mensch kauft eine Flasche Wasser, sondern jeder will den Durst stillen. So, und wenn man halt emotional an Landingpages oder Webseiten oder Onlineshops halt drangeht, was kauft mein Interessent eigentlich hinter dem Produkt, welche Emotionen werden dadurch befriedigt, dann hat man noch eine viel coolere Möglichkeit, ein Produkt cooler darzustellen. Und vor allem muss man, wenn man selber noch Einwände zu seinem Produkt selber hat, erstmal selber alle Einwände lösen, ja, einfach selber mal eine Einwandwand für sie selber machen, ja. Wenn man irgendwie guckt, okay, habe ich irgendwo noch ein Bedenken oder habe ich irgendwo Zweifel an dem Produkt? Weil wenn du diese Zweifel hast, ob du es online verkaufst, per Face-to-Face, werden genau diese Zweifel vom Interessenten kommen. Ja. Und dann wird es dir schwerfallen, diese zu lösen, weil du Verständnis für diese Zweifel hast. Ja. Selbst wenn du die Texte schreibst etc., das ist so wichtig. Weil wir zum Beispiel bei den Produkten, die wir auch selbst verkaufen, ich nutze die größtenteils selbst und bin selbst einfach so überzeugt und mag diese Produkte, dass es mir auch nicht schwerfällt, wenn man dann das Ganze verkauft, dass man halt einfach begeistert sozusagen einfach selbst davon ist und dann auch ganz andere Worte wählt, als jemand, der jetzt einfach nur sagt, okay, ich verkaufe mal dies oder das oder jenes, das habe ich irgendwo in China eingekauft und habe das eigentlich noch nie selbst benutzt oder weiß gar nicht, wie das funktioniert oder weiß gar nicht, wie, wo, was, sondern wo wirklich dann so eine, auch so eine Bindung eben zum ärgenden Produkt ist, glaube ich, super wichtig. Aber sehr interessant auch, was du sagst mit dieser Emotion, mit diesem … Was, glaube ich, noch mega interessant ist, glaube ich, auch für alle deine Zuschauer ist, es gibt halt einen riesen Unterschied zwischen einer wahrgenommenen Kompetenz und die echte Kompetenz. Und es kommt in jedem Gespräch, in jedem, auf jeder Verkaufsseite nur auf die wahrgenommene Kompetenz an. Oder auch, gleich ist es auch im Onlinehandel zum Beispiel mit Qualität. Also es bringt nichts, was schlechte Qualität für gute Qualität zu verkaufen, kriegst du Rücksendung, aber … Genau. Aber jetzt, nehmen wir an, du hast halt ein Produktanbieter A und Produktanbieter B, so und der eine, die haben beide eins zu eins dieselbe Qualität, ja? Ich mache mal ein Beispiel, was vielleicht jeder ein bisschen nachvollziehen kann. Gleiches Produkt, zwei Sachen, also eigentlich im Grunde, sagen wir mal, du verkaufst einen Fußball. Beides, genau eins zu eins die gleiche Fußball. Qualität, ja? Wir nehmen mal das Beispiel kurz an einem Arzt und werden das dann mal gleich auf dem Onlineshop produzieren. So eins, ein Arzt hat, oder zwei Ärzte, ja? Arzt A, Arzt B. Beide haben eins zu eins alle selben Qualitäten, ja? Alle selben Prüfungen, haben beide schon 10.000 Patienten am Herzen operiert, ja? Also beide haben eine echte Kompetenz und beide haben auch Qualität zu liefern. So, jetzt geh mal davon aus, du hast ein Herzproblem und gehst zu Arzt A, ja? Der Arzt A, der sagt, hey, ich werde schauen, dass ich Ihnen helfen werde. Die Aussichten, die sind schwierig, ja? Ich kann Ihnen nicht wirklich was versprechen, ich werde mein Bestes geben. Ja. Das ist Arzt A. So, jetzt geht man zu Arzt B, der sagt, hey, Sie sind bei mir in den besten Händen, ich weiß genau, was ich tue. Und die werden mir mein Bestes geben, dass sie genau dieselben Ergebnisse bekommen, wie alle anderen Patienten, die erfolgreich von mir operiert wurden. Ja. So, es sind eins zu eins selben Ärzte. Zu welchem Arzt würdest du eher gehen? Natürlich zum Arzt B, ne? Ja, ja. Weil der hat ein positives Gefühl geankert. So, und es geht hier um das, was ankere ich, also welchen Rahmen gebe ich vor, ja? Und das, genau das kann man ja auch auf Onlineshops und in echten Gesprächen auch genauso framen. Weil, ob das Ergebnis hinterher dann, es kann eins zu eins dasselbe Ergebnis ist, aber dann lass den Interessenten doch wenigstens mit einem guten Gefühl auf deiner Seite sein, mit einem guten Gefühl in ein Gespräch gehen. Und wenn du eh von deinem Produkt überzeugt bist, dann gibt es gar keine Gründe, nicht im Vorhinein schon mega überzeugt von sich selbst, von dem Produkt zu sein, weil man weiß, man liefert so oder so. Weil der Patient jetzt, jetzt angenommen, der würde sterben, der ist aber mit einem guten Gefühl reingegangen. Und es ist doch besser, jemand mit einem guten Gefühl dann in eine Operation zu gehen, als wie mit einem schlechten Gefühl. Genauso wie wenn er halt, wenn es gut läuft, ja, ist ja genau dasselbe. Der ist mit einem guten Gefühl in eine Operation gegangen, geht mit einem guten Gefühl weiter. Es geht um die wahrgenommene Kompetenz. Und das ist, glaube ich, ein super, super guter Punkt, weil, ich sage mal, du verkaufst einen Tischtennisschläger. Ja. So, dann verkaufst du vielleicht nicht den Tischtennisschläger und die gute Qualität dahinter, sondern eben, dass der Tischtennisschläger so gut ist, dass du damit Spiele gewinnst. Genau. So, ein super schlechter Spieler wird jetzt trotzdem nicht jedes Spiel damit gewinnen, klar. Ja, trotzdem gibt es dem Spieler eben, oder gibt es dem Kunden letztendlich eben einfach so diese, es gibt ihm das bessere Gefühl. Das ist das, was er auch kaufen möchte. Genau. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den gerade auch jetzt vielleicht Leute, die schon länger dabei sind, glaube ich, ist es nicht mehr so ein Punkt. Aber manche Leute haben damit immer ein Problem, weil man denkt, jo, irgendwo ist es eine, das sind halt immer diese klassischen Einwände gegen Verkauf, so, ne. Es ist eine Manipulation, es ist dies, es ist das, es ist jenes. Ich zum Beispiel liebe es manipuliert zu werden, wenn ich Apple-Produkte kaufe, weil ich finde die Dinger extrem geil, so. Ich finde es mega nice. Ich weiß, technisch ist es, glaube ich, ich weiß es nicht, ich glaube, es gibt ganz viele Sachen, die wahrscheinlich sogar noch besser sind oder schneller sind oder was auch immer. Aber es ist einfach ein geiles Gefühl, das zu kaufen. Und es ist das Gefühl, dass man das Gefühl hat, das Beste zu kaufen und weil das Produkt selbst auch sehr gut ist, kauft man sich sozusagen auch für sich selbst das Beste und das Gefühl. Genauso wie mit einer Louis Vuitton-Tasche. Das ist ja letztendlich auch, kannst du ja auch irgendjemanden hingehen und sagen, jo, das ist eine Scheinerei, das ist so teuer, das verkauft wird oder was auch immer. Aber wenn du es für 50 Euro verkaufen würdest, dann wäre dein gutes Gefühl weg, wenn du es kaufst. Genau, ja, also lass dich lieber mit einem guten Gefühl jemand einkaufen. Okay, nee, alles klar. Ich glaube, das waren auf jeden Fall schon mal einige sehr interessante Inputs. Dann vielen Dank dir an der Stelle und an Leute, wie gesagt, beschäftigt euch gerne mal ein bisschen mit dem Thema Sales. Ein super interessantes Thema meiner Meinung nach, gerade weil man auch viele Sachen aus diesem klassischen Sales, was noch gar nicht so im E-Commerce angekommen ist, eben übersetzen kann und im Grunde genommen einfach nur diese Techniken viel digitalisiert werden müssen und für Produkte eben genauso gut funktionieren. Also, vielen Dank dir und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Vielen Dank. Ciao.